Change Party, Tissier kommt mal raus, wir nehmen mal ein Neiders mit rein. Was? Schnauze, du bist jetzt da dabei. Keine Widerrede. Das ist mal ein großes Kippie. Da unten ist er. Okay, sorry, wir müssen erstmal da runter. Hier ist es. Chief's Comeback. Ja, er haut schon ganz gut rein eigentlich, ne? Ah, für den krieg ich mal da auch 600 Erfahrungspunkte, ne? Ich habe wohl da länger Ja, Chandon, haut er doch ganz schön rein, ey. Was ist das, wo... Was ist das, wo... Was ist da? Ist da etwas da da? Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Vielleicht gehen da will stir my memories. Holy crap! Ist das, was du sprachst? Ich wusste! Ich wusste es. Ich hatte ein Gefühl, da war ein Habitat neben mir. Warum sahst du so glücklich? Son of a... Ich bin nicht zu essen heute, verdammt. Wir alle zusammenarbeiten. Oh, unser Fe bloggen muss das, hier sind oder? Das ist Monaco, nicht zu Ende und beat mich. Das hat irgendwie geschehen. Dank draußen. Alter, tausend Erfolgsbombe? Holy fuck Alter, was ist hier los? Oh no, Okay, der ist auch 1000 wert Was ist die Kleinen halt, ne? Okay, und was hat das jetzt genau gebracht? Außer, dass wir halt hier waren? Ich mein wir haben auch fucking Erfahrungsbole bekommen Das war schon mal geil, aber... Na fuck, da ist ne Kiste und ich hab sie nicht gesehen Wow, die steht halt auch da voll Offensichtlich Acquired Dragon Scale Male Royal Knights Male Oh Stark Sonst noch irgendwas? Ne Ich muss mich jetzt daran gewöhnen, dass ich diese Ultimate Gorge hab Ich find's gar geil, dass man daneben hauen kann Und jetzt sieht die eigentlich auch so aus Ah okay Blindzeit nach oben ist gut Was war das? Achso, das war das Crush wahrscheinlich Das ist doch im Prinzip der Kurs Ey, wie die hier oben Platziert sind Wie wenn man ein Ding spielen würde Wie wenn man ein Ding spielen würde Plant vs. Zombies oder so Übrigens geiles Spiel muss zum Beispiel Das ist jedenfalls die Zeit Auf jeden Fall ist die Zeit Ooooooh Was? Fünf Meter weiter ist sie doch schon wieder Mal, das geht in einem neuen Level Mal, das geht in einem neuen Level Mal, das geht in einem neuen Level Äh, fuck Kann da eigentlich hochklettern bei sowas? Ne Das ist immer ein bisschen ein Nachteil denke ich mir Wenn du solche Spiele hast, wo du sowas benutzen kannst Weil du meistens sonst nichts benutzen kannst Ich meine, das ist eine Leiter, du kannst dich hochklettern Ich würde interessieren, wozu das da ist Versiegelt das irgendwas? Oder ist das wie ein Schutzball? Wir sind hier Wir sind hier Wie? Die Situation ist... Delicat Der Empferd wird zu großen Wunsch Angelegenheit aufzurem Druck auf Aosarius Auch jetzt sie entrohen in der Land und den Meer Ich bin sicher, dass das zum Weg jemand von deinem Station wird es zu zeigen Wichtig ist Wunschbar ist dass die Krieg entgegenzuht auf unserer aktuellen Destination? Du wirst wirklich nicht ein Night-Kommander von Royal Blood wie ich, würde ich sagen, dass die Kirche der Kirche sei in einem Gefahr. Entschuldigung, Elena. Wir werden uns bald herausfinden. Genau. Ich war nur interessiert. Bitte, Entschuldigung. Du hast nichts zu entschuldigen, oder zu schuldigen. Ich will nicht auf die Schmerzen kommen zu einem Freund von Letys. Entschuldigung. Sie ist eine große Schmerz. Sie ist eine Waffe. Und eine weibliche Alli, wie es aussieht. Geh gut an sie. Der schaut schon wieder cool aus. Irgendein Graf zahlt oder so. Royal Capital Ascendros Palasgar... Ach du Scheiße. Was eine wunderschöne Stadt. Auf einen kursischen Blick. Es ist nicht zu late, um zurückzukehren. Nach all der Zeit, die es hier gab, um hier zu kommen? Ich verstehe dich, Maester Felgrid. Aber ich will die Dinge aufzunehmen. Wie dein Wunsch ist. Es ist Arbeit zu tun. Lass uns Haste in das Royal Palace machen. Wir sollten nicht den Chancellor Neon warten. Genau. Wie du siehst, das Royal Palace ist in den Norden. Wir sollten da gehen. Ich kann nicht glauben, wie groß es ist. Ja, es macht halt auch keinen Sinn, so einen riesigen Palast zu bauen. Royal Palace. Es ist noch mehr nahe zu legen. Neon ist in uns wundern. Komm! Ich meine, wer braucht so einen riesigen Palast, Alter? Mein Schlaf. Ich kann nicht glauben, dass alle diese Leute die Letizia kennen. Es geht um zu zeigen, wie nahe der Krone zu ihren Leuten ist. Ja. Ja. Sie hat eine gewisse Popularität genutzt. Wird sie wirklich brauchen meine Hilfe? Ich bin sehr verpflichtet, Maester. Lass uns unseren Weg in den Kastel machen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe Namen, Alter. Schloss. Lass uns unseren Weg in den Kastel machen. Prinzessin Letizia. Ich habe die warmtere Be Bezüge, Neon. Als ich von deinem kleinen Exkursion von Commander Theo gehört habe, mein Herz war. Was hast du denn, Herr Albert? Her Highness hatte eine sehr gute Idee. Hast du wirklich gedacht, dass du dich selbst selbst zufriedenst, die Prinzessin, eine Ein-Mann-Armee? Calm dich, Neon. Wir haben sie zurückgebracht, sicherlich. Und was auch noch, diese Recklessness auf ihr Teil war nicht in vain. As of this moment, all she has accomplished is worrying me near to death. This is precisely why I hate the Royal Palace. Where do you think you are off to? Somewhere I can give your arm a proper examination. Come when you are ready. Who in heavens is that man? How dare he speak in such a manner before royalty? He means no offense. That is Maester Midas Felgreed. Please show him the utmost respect. Midas? Midas Felgreed? Him? I apologize for my long absence from the Royal Palace, Neon. But I would ask a favor regarding the matter Commander Theo brought to your attention. Ah, perhaps you speak of the prisoner we captured near Baldar. Huh. Might these be the strange companions I've heard the Princess has been traveling with? Without the aid of these two, my journey would have been all the more arduous. The Kingdom owes them a debt of gratitude. Very well, Princess Leticia. I will send word to notify the General of your safe return. No need. Let us first arrange a meeting, that these two may be swiftly reunited with their ally. But your highness... I was led to understand that none were aware of my absence prior to Commander Theo's report, yes? Surely news of my return can be delayed. I see. Very well, Princess. It may yet take some time, however, as the prisoner is currently being held in the Baldar Citadel. You must arrange for her immediate release. I understand your urgency, but I cannot make any immediate promises, that the prisoner will be set free. We can discuss the matter further. If you would follow me to the council chamber. I am impressed, you had the wherewithal not to speak up back there. Well, I know Leticia and Theo will keep their promise. If I had butted in, likely would it just complicated matters. I will have to admit, I was worried you were on the verge of opening your mouth. Well, anything I might have said would have paled in comparison to how she handled it. Are those stairs across from the garden the ones we're looking for? Indeed. They lead up to the second floor. Is it a floor? Then is the throne room, right? Junge, you look crazy. What is that for a room, man? Oh, we need more Stühle. Your father will not be joining us. Oh. Have you not heard? His Majesty is leading the front-line defensive at Baldar at the behest of Captain Bertrand. He is where? Isn't it a big risk having your king on the front lines? The royal standard is on display above the Baldar Basilica to indicate His Majesty's presence. It serves as a warning. The Imperials know there will be a reckoning if they attack now. Nothing's set in stone. But can't we turn this all around with Midas' help? I mean, he was one of the three wise men. Do not speak as if years of history and tension can be undone in a single night. Breaking our current formation just for Maester Midas would serve as nothing more than an invitation for the Empire to commence their attack. Letty, tell me something. What exactly is it you intend to ask of Midas in the first place? If you are considering playing at the idea of forming a band of semiomancers, I am in vehement opposition. Furthermore, we have no sufficient proof that this ragtag band that follows you are not, in actuality, Imperial spies. They are nothing of the sort, I assure you. I believe both you and Her Highness speak true, Sir Albert. But it is not I who needs convincing. His Majesty's brother, Duke Clemrath, currently presides over the royal city. I will not have free reign under my father's orders. Ray, Helena, I cannot guarantee your safety. You must understand. My hands are tied until the tensions at Baldar ease. I hear where you're coming from, but you're talking like the war's already begun. What would you know? Well, if left unchecked, spies could run amok, raise cities to the ground. But if espionage on the home front was such a chief concern, why would the king be sent to the front lines? A harsh criticism. Sounds like you've assumed from the start that everything Leticia's doing is a waste of time. What's wrong with a princess fighting tooth and nail to do what's best for her kingdom? Neon, if permitted by my father. I am sure the general could be convinced, or even your lord father, cousin Theo. What? Consider the situation. I doubt it will be easy to entreat my father concerning a prisoner of war, or the sudden return of Maester Midas. It would be best if I spoke with him directly. Wait, your highness. Baldar would be thrown into a disarray if you were to venture there now. This is of the highest import for the future of the kingdom. Do not worry. I will not disrupt a thing. No one shall be the wiser of my presence. Say something, Sir Albert! Commander Theo! When her highness speaks thusly, there is no changing her mind. Just so. Currently, a permit is required for all who would enter Baldar. Come, grant her passage, Neon. Who knows what she may do if you choose not to. Very well. But do be careful. The situation at Baldar may very well erupt into chaos at a moment's notice. Thank you, Neon, cousin Theo. I will not be accompanying you to Baldar. After all, Kato still needs someone to defend it. We understand. Thank you, cousin. Leti, if you sense any danger, turn back immediately. That goes for Ray and the others as well. We will rest assured. And Albi, please continue to watch over Leti for me. I will do what I can. You sound as if you've given up already. I suppose you're my only hope then, Ray. I'll see what I can do. If I have no one to count on. Ray, let us pay Maester Midas a visit. He is like us not to be in the semiomancy consortium. The semiomancy consortium is located on the east side after departing the palace. The semiomancy consortium is located in the semiomancy consortium. He is on the east side after departing the palace. Uncle Midas is waiting for us there. I hope he stays. To the east of here. You shall see the semiomancy consortium. Ich wundere, was es da so aussieht. Ich weiß, es war dich, der es zu Letizia gezeigt hat. Ich habe es gewusst. Wie kann ich es nicht? Ich habe sie in ihrer Englisch gebrochen. Wenn unsere Kräfte die Imperiellen haben, werden wir sie brauchen. Sie sind nicht die Kinder, ihre dumme Schmerzen. Sie sind warum ich mich hier finden. Hm? Maester Midas, Direktor Melthea. Ich bin froh, dass Sie in guter Gesundheit zurückkommen, Prinzess Letizia. Und wer sind Sie? Ich bin Melthea, Direktor hier bei der Osirius-Semiomancy Consortium. Ein Freude zu treffen. Ein Freude zu treffen. Sie haben sich in Baldar gehalten. Wir müssen sie zu kommen. Sie verstehen, das ist nicht für eine Debatte. Hm. Ich werde mich nicht prosprechen. Ich werde mich nicht prosprechen vor dem King. Geh, zurück mit deinem Freund. Ich werde hier erwarten. Danke, Midas. Okay. Okay. Geh, zurück mit Baldar. Wir haben nicht die Zeit, hier noch länger zu drehen. Verstehe ich das jetzt richtig? Ich habe in Midas jetzt aufgerüstet. Hä? Nur damit der Sack jetzt hier bleibt. Der Typ geht mir voll auf den Senkel, hey. Ich werde ihn mit dir zaubern kann. Es sind die anderen. Zwei sind da. Es sind nur zwei. Ich bin drüber geflogen, scheiße sind da oben Fuck Äh Ach shit Nein, noch voll Neigschuss Und wo sind die anderen? Ja, ja, ist ja wurscht Jedenfalls wollen wir jetzt an der Stelle dann aufhören Und ich hoffe wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Star Ocean City Vine Force Ich bin auch gespannt auf jeden Fall was mit diesen Außerweltlern ist Sind die hier abgestürzt oder haben die hier Zuflucht gesucht Weil die irgendwie gemeint haben, dass das Gerät was Oh warte, hier geht es weiter Oh ja, hier geht es nur zum Einkaufen und alles Da gibt es zwei Dinger zum Einkaufen Fuck, wir müssen doch nochmal kurz hingehen Nee, ähm Weil die ja da ist, dass das Gerät gesagt haben, dass das da irgendwie Ich weiß immer noch nicht, ob das geruckelt von meinem PC abhängt oder ob das vom Spiel kommt Ich bin sicher, dass Chloe okay ist Ja, ja, bla bla Einer war da hinten, ne? Aber was ist das für ein Gerät, was wir dabeihaben? Das stört das Welten oder so Ah, die hat nur Ah, Sachen zum Bauen Dankeschön Dankeschön Das hab ich auch nie wirklich ausprobiert, ne? Creation Ich denke, das ist wie du es machst Ich gewollte das Geld, mirakel worker, bonus sp100 Ramone has reached to compounding Wildgoop Yucky substance that appears to be an incarnation of people's desire, but I feel icky for all eternity I lost this one, Käse My first masterpiece Blueberries and blueberries ergibt I think this is how you do it About what I expected Blueberry potion Recovers 50 Also statt 30 hab ich da I... About what I expected Fresh Sage? Compounding, Small Round Peanuts heist got a minion blablabla Machen wir halt das einfach I... About what I expected Ich weiß gar nicht, ob die anderen noch irgendwie freigeschalten waren oder so Okay, dann schauen wir doch mal Dass wir noch für das andere Ding einkaufen gehen Es wird halt eh wieder viel zu spät, wenn ich ins Bett gehe Hä? Das kommt noch mal, wenn wir noch so spät mit dem ganzen Käse anfangen Äh... Hä? Achso, warte, ey Oh, ich kann ja auch in Türen reingehen, fällt mir grad so auf, ne? Anyone home? Hä? Ich hab voll lauter rumfliegen Hä? Achso, ich... Wow Das ist so ein kleiner Raum, dass ich jetzt nicht gesehen habe, was abgeht 67 Wir haben ja 70.000 Was ist das für Maidas? Ich stelle bloß, dass ich die für die Kriegs kaufen kann Äh, lassen wir das mal? Ich glaub, das lassen wir mal Da brauchen wir... Zwei Erschwimmer Und eins ist so What a Spirit Talisman Wind Resistance, wenn zwei nur in RP voll sind Danke Okay Jetzt aber, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Star Ocean Und City Wine Force Macht's gut und... Servus! aus